So, wir sind hier im Vogelhaus von Excaret und man sieht schon ein paar Vögel hier rumsitzen und ist auf jeden Fall ziemlich cool. Da hinten ist so ein richtig schöner Wasserfall, wo man Fotos machen kann. Hier gibt es Felikane. Haut mal da hautnah und dann hier kann man halt im Kreis laufen über die Brücken und sich alles anschauen. Auf jeden Fall sehr hübsch, sehr schön anzuschauen. Vielen Dank.